Die Magdeburger Hochzeit bezeichnet die Verwüstung der Stadt Magdeburg am 10. Mai Jul 20, Mai 1631 Greg, durch kaiserliche Truppen unter Tilli und Pappenheim im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges. Der Begriff Hochzeit wurde im Dreißigjährigen Krieg geprägt und soll die erzwungene Vermählung zwischen dem Kaiser und der Jungfrau Magdeburg beschreiben, die auf dem Wappenschild der Stadt abgebildet ist und sich über 100 Jahre gegen Zahlungen an den Kaiser gewährt hatte. Nach der zeitgenössischen Chronik Theatrum Europäum ist der Begriff auf Tilli selbst zurückzuführen. Darauf ist es an ein Fressen UNND saufen gegangen, welcher drei Gänzer Tag nacheinander gewährt UNND also die Magdeburgische Hochzeit, wie sie vom Tilli genennet, zelebriert worden, Theatrum Europäum, BD, 2, Tafel 1631, 369 Vorgeschichte. Im Jahr 1524 bekannte Magdeburg sich zur Reformation und trat 1531 dem Schmalkaldischen Bund bei. Magdeburg entwickelte sich im Laufe der Jahre zum Zentrum des Widerstandes gegen die Rekatholisierung. In unser Herrgottskanzlei versammelten sich Gelehrte, die vor katholischen Truppen im Schmalkaldischen Krieg aus Wittenberg geflohen waren, und verfassten antikatholische Schriften. Von 1547 bis 1562 stand Magdeburg daher unter Reichsacht. Nach der Verweigerung der Anerkennung des Augsburger Interims hielt Magdeburg genannt die heilige Wehrstadt des Protestantismus. 1.551 einer mehr als einjährigen Belagerung durch kaiserliche Truppen unter Moritz von Sachsen und dem Maggrafen Albert von Brandenburg stand. Nachdem Moritz von Sachsen durch geheime Zusagen an den Magistrat Magdeburgs die kampflose Kapitulation der belagerten Stadt erreicht hatte, wandte er sich jedoch gegen den Kaiser und verbündete sich mit dessen Feinden. Magdeburg im Dreißigjährigen Krieg Der Dreißigjährige Krieg begann 1618. Rund fünf Jahre später begann auch Magdeburg mit der Rüstung, allerdings versuchte man, sich aus kriegerischen Handlungen herauszuhalten. 1625 trafen erstmals kaiserliche Truppen in Magdeburg ein. 1629 führte der Krieg zu zunehmenden wirtschaftlichen Problemen. Der alte Rat wurde abgesetzt und ein neuer gewählt. Magdeburg wurde durch kaiserliche Truppen belagert, da sich die Stadt weigerte, ein Tribut von 150.000 Talern zu zahlen. 1630 trafen mit Magdeburg verbündete schwedische Soldaten ein. Ab März 1631 wurde Magdeburg erneut von kaiserlichen Truppen belagert und am 4. Mai forderte der kaiserliche General Tilli die Kapitulation der Stadt. Zunächst waren ab dem 30. März 9. April 1631 Kämpfe um die von den Magdeburgern errichteten äußeren Verteidigungsanlagen entbrannt. So fielen unter anderem die südöstlich der Stadt gelegenen Schanzen Trotzpappenheim, Magdeburger Sokers und Trotz Tilli an die kaiserlichen Truppen. Magdeburger Hochzeit Ab dem 10. Mai 1631 belagerten rund 26.800 kaiserliche Soldaten die Stadt. Da die angekündigten schwedischen Truppen unter König Gustav Adolf nach der Eroberung von Frankfurt an der oder in desolatem Zustand und schwer in ihrer Pflicht zu halten waren, lehnte Gustav Adolf es ab, mit unterlegenen Kräften den Vorstoß auf Magdeburg zu wagen. Währenddessen beriet der Magdeburger Rat über die Kapitulation der Stadt. Ein Beschluss wurde aber auch, weil schwedische Abgesandte sich im Rat dagegen aussprachen, nicht gefasst. Am 20. Mai ab 7,00 Uhr kam es zuerst im schweren Geschützfeuer auf die alte Stadt und die umliegenden Dörfer. Ab 9,00 Uhr rückten kaiserliche Truppen vor und nahmen die Stadt im Laufe des Tages ein. Angeführt wurden sie von Tilli und Pappenheim. Die Magdeburger Bürger galten als vogelfrei. Es kam zu einer enormen Anzahl von Raubzügen, Vergewaltigungen und Ermordungen auch von Kindern und erwachsenen Zivilisten, obwohl solches im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation unter Todesstrafe verboten war. Die Gräueltaten waren so zahlreich und in ihrer Ausführung entsetzlich, dass sogar einige Angehörige der kaiserlichen Armee darüber erschraken. Dann das pappenheimische Volk wie auch die Wallonen so am aller unchristlichen Äger als Türken gewütet, keinem leichtlich Quartier gegeben. Sondern haben mit Niedergehauen, beides der Weiber und kleinen Kinder, auch schwanger Weiber in Häusern und Kirchen, in gleichen an geistlichen Personen also tauranisiert und gewütet. D. Z. Auch viel von dem anderen tüllischen Volk selber ein Abschiff davor gehabt. Theatrum Europäum, B.D. 2, Tafel 1631. 368 reiche Bürger konnten sich bei kaiserlichen Soldaten freikaufen und unter deren Schutz die Stadt verlassen. Die Stadt wurde in Brand gesetzt, was weitere Todesopfer forderte. Beide Seiten beschuldigten sich anschließend gegenseitig den Brand gelegt zu haben. Die Kriegshandlungen und Plünderungen zogen sich noch über mehrere Tage hin, bis sie auf Tillys Befehl am 24. Mai eingestellt wurden. Zwischen 2000 und 4000 Menschen fanden Zuflucht im Magdeburger Dom. Für die Soldaten muss der Dom das letzte Tabu gewesen sein. Über die Rettung der Geflüchteten wird folgende Geschichte überliefert, die auch Legende sein könnte. Als Tillys zwei Tage nach der Schlacht den Dom öffnete, fiel der evangelische Domprediger Reinhard Backe vor ihm auf die Knie und trug in lateinischer Sprache einen abgewandelten Vers vergilts über die Zerstörung Trojas vor, worauf Tillys die Bürger verschont hat. Das ist der Tag des Verderbs und das unabwendbare Schicksal Magdeburgs. Troja waren wir, Ilion war und der Elbe Stadt strahlender Ruhm. In die Thamkirchen haben sich in tausend Menschen an Weibern, Jungfrauen und Kindern doch wenig Bürgern und etlichen Soldaten verirret und drei ganzer Tag lang ohne Essen und Trinken darin aufgehalten. Denen hat der Graf von Töli nachmals den 12. Mai julianischer Kalender durch zwei Trommelschlägerquartier aufgerufen. Ihnen Kommissbrot aufteilen, die Bürger und Mannspersonen absonderlich in den Bischofshof führen und, welche gesund oder vom Lande waren, die Thamkirch wieder zur reinigen UN in D zu säubern herausnehmen lassen. Als auch D. Backe und seine Kollegen für der Kirchen ihm einen Fußfall gesend, hat er sie neben ihre Weibern und Kindern in die Mühlen Vogt teilbringen und ihnen »Etwas Speis doch schlecht genug geben lassen«, Theatrum Europäum, B.D. 2, Tafel 1631, 369 Am Tag nach der Eroberung schrieb der kaiserliche General Pappenheim, »Ich halte, es seien über 20.000 Seelen darüber gegangen. Es ist gewiss, sei der Zerstörung Jerusalem kein gräflicher Werk und Streff Gottes gesehen worden. All unser Soldaten seien reich geworden«, am 25. Mai fand ein katholischer Gottesdienst im Beisein von Tilly im Magdeburger Dom statt. Papst Urban VIII. verfasste am 24. Juni ein Schreiben, in dem er seine Freude über die Vernichtung des Ketzernestes zum Ausdruck brachte. Anfang 1632 besetzten erneut kaiserliche Truppen die Stadt. Folgen Durch die Kriegshandlungen vom 20. Mai 1631 starben rund 20.000 Magdeburger Bürger. Es hieß die Taten und der Schrecken seien in ihrer Entsetzlichkeit nicht in Worte zu fassen und nicht mit Tränen zu beweinen. Die meisten der Überlebenden mussten die Stadt verlassen, da ihnen aufgrund der Zerstörungen die Lebensgrundlage genommen war. Seuchen, die in der Folge auftraten, forderten weitere Todesopfer. Am 9. Mai 1631 hatte Magdeburg noch rund 35.000 Einwohner, 1639 waren es nur noch 450. Die Stadt vor dem Krieg eine der bedeutendsten in Deutschland, verlor schlagartig ihren Einfluss und wurde in ihrer Entwicklung um mehrere Jahrhunderte zurückgeworfen. Erst im 19. Jahrhundert erreichte und überschritt Magdeburg wieder die alte Einwohnerzahl. Aufgrund der fast völligen Zerstörung der Stadt hatte das Erzstift Magdeburg in den Verhandlungen zum westfälischen Frieden eine extrem geschwächte Position und fiel infolgedessen an Brandenburg-Preußen. Nach der Zerstörung Magdeburgs war lange Zeit der Begriff Magdeburgisieren als Synonym für völlig zerstören, auslöschen oder als Sinnbild für größtmöglichen Schrecken in die deutsche Sprache eingegangen. Datumsangabe Zu jener Zeit nutzen die Kriegsparteien verschiedene Kalendersysteme. Während die katholischen Truppen den neuen gregorianischen Kalender nutzen, lehnten die protestantischen Magdeburger diesen noch ab und nutzten den alten julianischen Kalender. Aus diesem Grunde berichten verschiedene Quellen von verschiedenen Daten. 20. Mai oder 10. Mai Siehe auch, Johann Wolfgang Goethe rezipierte die Ereignisse 1798 in seinem Gedicht Die Zerstörung Magdeburgs. Friedrich Schiller beschreibt die Plünderung und Verwüstung Magdeburgs eindringlich in Geschichte des Dreißigjährigen Krieges. Erster Teil Zweites Buch In der Oper Der Freischütz von Karl Maria von Weber ist vom Magdeburger Tanz die Rede. Gertrud von Lefort veröffentlichte 1938 den Roman Die magdeburgische Hochzeit. In Berthold Brechts Stück Mutter Courage ist die Eroberung Magdeburgs eine wichtige Szene. Schmerz von Kaffee Eroberung Magdeburgs Dünner